Anne, schreie bitte nicht rum. Ich schreie nicht rum, ich versuche nur, dir was zu erklären. Anne, bitte, das ist... Ja, bitte, Anne, bitte. Mein nicht reiben. Ich habe gesagt, du sollst das nicht reiben, das muss man tupfen. Ja, das ist so ein Geschenk. Es ist alles nass geworden. Mama. Komm mal runter, Mama. Auf Kommissar Georg Hoffmann. Trinken wir jetzt. Geh auf, geh auf. Geh auf. Auf deine verdiente Beförderung, Georg. Ich habe ja ganz vermisst, du bist so ein Held. Erzähl dir doch mal, wie es bei dir zu Hause so ist. Entschuldigung. Papa, wir packen das nicht mehr. Ach, was? Nun hören wir jetzt mal auf mit den Geschichten, ne? Ja. Hm? Sind einfach liebzunehmen. Ich will aber wirklich glücklich sein. Verstehst du? Bist du böse auf mich? Willst du dich von mir trennen? Bist du böse auf mich? Ja, ich will. 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 Untertitelung des ZDF, 2020